hoffentlich werden es jetzt weniger die uns verfolgen können wir uns vielleicht erst mal die drei hier holen ja natürlich kommt da gleich die ganze gruppe zusammen kommen die denn alle her okay das hat die anderen nicht mal gejuckt ist zumindest einer tut so genau einer einer darf herkommen okay zwei wollen spielen da will der dritte spielen na komm komm her so da kommt der vierte und ich sollte mal besser rennen wie mein lebensbalken hoffe die leichen bleiben da liegen damit ich die gleich noch ausrauben kann hey talas da bin ich wieder wollte die eigentlich meine kleinen neuen freunde mitbringen aber die wollen nicht oder auch da will einer einer will ich treff ihn doch so ähm okay ich frag nicht nach ganz normales goblin verhalten ganz normales goblin verhalten okay jetzt sollte man glaube ich ein großteil von dieser gruppe weg haben ach schade die die spawn kann ich die gar nicht ausrauben dann haben die doch so tolle sachen dabei ach das blöd weniger minzen und erfahrungspunkte für uns na gut 30 minzen haben wir kriegen wir noch 30 erfahrungspunkte aus dieser höhle mit raus unsichtbare schwarze goblins sind natürlich blöd kurz mal speichern unsichtbare goblins möchte ich nicht haben was ist denn los mit dieser mod ey erst die goblins unsichtbar dann ich unsichtbar das ist echt nervig okay jetzt sollten wir alle goblins haben jetzt sind wir durch mit der höhle immerhin noch ein paar goblins da denen man die sachen klauen kann ach schön erz so gehört sich das weile spruchrollen was die hier ins zeug rumliegen haben natürlich bier so ist der streitkolben ist glaube ich keine so gute waffe ne nach kampfstab haben wir auch stimmt man können man könnte theoretisch mal zwei hand leeren frage ist nur wo okay ein dietrich zwei bier eine fackel und der alma nach den kalommen haben will ach so die ist auf 86 erz nehme ich doch gerne mit und dann mal ein bisschen heilung jetzt lohnt sich mal das ganze fleisch was wir gebraten haben gut wir haben den eimer nach höhle ist beendet Gott sei dank sie war so schwer wie ich sie in erinnerung habe und das mit einem level 14 charakter aber gut weißt du snapper und so alles kein problem langsam wird es ein bisschen nervig so jetzt wird tal ey was ist denn heute los mit dieser mod du hast den almanach gut gemacht gehen wir wieder zurück ins lager ja du kannst zurück ins lager gehen ich gehe in den wald und hole mir den schwarzen wolf talos findet den weg auch alleine ey ist der wolf ja auch unsichtbar ey ja wo denn was ist denn los das ist doch nicht mehr normal dass es hier alles jetzt unsichtbar wird das wurde doch sonst hat das Spiel doch die letzten folgen auch nicht gemacht ich verstehe es nicht weißt du das mal was unsichtbar wird okay dann speicherst du und alles ist gut aber dass jetzt alle zwei Sekunden hier irgendwas unsichtbar wird ist gerade echt nervig ich meine hier im wald geht es noch die viecher machen wir ja nicht viel aber so gegen die schwarzen goblins da will man eigentlich nicht dass irgendwas unsichtbar wird so scavenger schönes fleisch da muss ich bald mal wieder braten ein paar wolfsfälle kriegen wir auch die können wir dann gleich bei wolf verkaufen wir müssen ja eh nochmal Richtung neues lager sobald wir den schwarzen wolf getötet haben müssen wir ja Aiden davon berichten du sollst nicht in die Gen-Animationen wechseln oh ich wollte gerade sagen ich sehe auch nichts wegen dem Regen schon falle ich hier runter so Richtung Nebelturm muss ich mal legen ist der Nebelturm auf der anderen Seite vom Fluss oder ist der hier der ist okay wir können hier bleiben einfach hier am Wasser entlang dann müssten wir zum Nebelturm kommen also ich hoffe der Entschuldigung ich hoffe der Nebelturm ist das was ich gerade denke war nette Org-Wuffis Org-Wau-Wau-Wau's Oh, ich bin tot. Nee, kommt, lasst mal. Geht mal weg. Oh, Alter. Warum haben die denn so eine lange Range? Wir verfolgen einen echt lange. Jetzt hoffe ich, dass die anderen beiden nicht gediespawnt sind, weil ich will die Fälle haben. Mensch, kannst du mal aufhören zu regnen? So wollen wir die denn umgebracht? Hier vorne, ne? Schade, sind schon sind schon weg. Zwei Fälle weniger für uns. Ja, sind weg. Schade. Okay. Ah, guck mal. Ich glaube, wir haben ihn gefunden. Es ging jetzt sogar schneller, als ich erwartet hätte. Sehr seltenes schwarzes Wolfsfell. Sehr schön. Haben wir den. Das finde ich gut. So. Alle Wölfe mitgenommen. Aber hier bin ich doch beim letzten Mal. Bin ich hier nicht auch lang gelaufen? Nee. Nee, so weit sind wir gar nicht gelaufen. Stimmt. Hier ist das Schiffswrack. Da oben ist der Nebelturm. Da oben ist der Nebelturm. Können wir uns nochmal die beiden Wölfe. So, und jetzt haben wir einen Haufen Wolfsfelle, mit dem wir zurückgehen können zu Wolf. Genau, da ist der Nebelturm. Da möchte ich jetzt aber ungerne reinschauen. Weil ich weiß, was mich da drin erwartet. Und das ist jetzt nicht gerade freundlich. Deswegen würde ich sagen, wir machen mal einen kurzen Abstecher. Wir gehen mal ein bisschen spazieren. Einmal ins alte Lager. Da drüben noch was? Nee. Ins alte Lager zu Diego. Die Münzen wegbringen, die wir haben. Dann... Könnten wir ja theoretisch mal bei Sketti gucken. Wobei, nee. Wir gehen ja eh ins neue Lager. Und dann können wir mal bei Kord gucken, ob der uns den Zweihandkampf beibringen kann. Ich würde gerne zumindest Zweihandstufe 1 lernen. Damit wir als Guru dann mit dem Kampfstab rumlaufen können. Finde ich einfach passend. Ah, da drüben ist noch ein Lurker. Gönnen wir uns DR kommen. Den gönnen wir uns jetzt auch mal schnell. Oh, noch ein Lurker. So. Ja, ich speichere gerade relativ oft. Irgendwie habe ich gerade wieder so meine Speicherphase. Nachdem eben schon der Charakter so oft unsichtbar wurde. Gehe ich gerade ein bisschen davon aus, dass das Spiel jederzeit abstürzen könnte. Deswegen. Lieber vorsorglich ein bisschen öfter speichern. Oh, die Strömung tragt uns auch weg. Ach ja, das alte Lager. Hier hat alles angefangen. Gehe mal kurz zu Diego. Wir können ja bei Sketti mal vorbeischauen, ob er uns den Zweihandkampf beibringen würde. Und wie teuer das wäre. Aber ich meine, Kord ist günstiger, wenn er uns überhaupt noch was beibringt. Kann auch sein, dadurch, dass wir, dass wir jetzt den Novizen angehören, dass die uns gar nichts beibringt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nicht zu nah daran. Wobei ich muss ja. Ich wollte jetzt über die Häuser laufen. Ich muss mich ja so ein bisschen in Extremo nähern, sonst komme ich nicht zu Diego. Hey du. Das heißt jetzt einfach ganz viel reden, damit man das nicht so laut hört. Deswegen kriegt Diego mal kurz 33 Münzen von mir. Mach's gut. Ja. Und schau. Weil YouTube ist da ein bisschen sehr schnell. Also die in Extremo Musik, die wird natürlich sofort geclaimt. Gut, stört mich jetzt nicht so viel, weil ich verdiene mit den Videos sowieso kein Geld. Aber die YouTube-Mail kommt... So, äh, die YouTube-Mail kommt praktisch schon... ...bevor das Video überhaupt hochgeladen ist. Es wird noch verarbeitet, da kriege ich schon die Mail von YouTube. Okay, er macht gar keinen Zweihandkampf. Schade. Können wir in der Arena kämpfen? Nee, schade. Auch nicht. Naja, okay. Ähm, wir gehen mal zu Aiden. Wir müssen ja Aiden den Bogen abgeben. Na, Jackal? Jetzt willst du keine 10 Erz mehr von mir haben, ne? Na, wie sieht's aus? Du kannst nach wie vor auf mich zählen, Kleiner. Okay, Jackal ist nett. Der nimmt ein... Lass mich vor... Wow. Der nimmt einmal die 10 Erz und gut ist. Und nicht so wie... Wie hieß er? Blattwin? ...der dann jeden Tag 10 Erz haben will. Was echt Wucher ist. Nochmal so nebenbei. Na ja, gut. Gehen wir schnell zu Aiden. Geben ihm das Fell vom Schwarzen Wolf. Dann gehen wir zu Wolf. Geben ihm die Wolfsfelle. Und gucken, ob Chord uns schon den Zweihandkampf beibringen kann. Es wäre eigentlich schön, wenn ich das überhaupt lernen könnte. Ansonsten muss ich mal bei Chor Anga gucken. Aber ich habe fast die Vermutung, dass Chor Anga uns nur was beibringt, wenn wir Templer werden. Was ich ja eigentlich nicht möchte. Auch wenn es cool ist. Aber ich möchte jetzt lieber als Guru spielen. Na ja. Erstmal zu Aiden. Dann kurz ins neue Lager. Einfach mal einen kleinen Ausflug durch die Kolonie machen. Ach, was bin ich froh, wenn wir endlich die Teleportruhen kriegen. Pass auf, wahrscheinlich ist Aiden jetzt gar nicht da. Wie ich den kenne, hängt er doch irgendwo in der Kolonie rum und ist am Jagen. Und er hat natürlich auch kein Bett, wo man jetzt mal eben schlafen könnte. Das heißt, wir gehen mal ganz schnell zu Cavalorn. Händen wir mal schnell bei dem. Ich glaube, morgens ist Aiden da. Der müsste erst mittags abhauen. Morgens sind die alle noch da, weil die in ihren Unterständen schlafen. Teleportruhen oder Geschwindigkeitstränke. Eins von beidem. Sollte man jetzt bald endlich mal finden. Guck mal, wenn Cavalorn jetzt da ist, dann müsste... Ja. Dann sollte Aiden eigentlich auch da sein. Danach haben wir nur noch eine einzige Quest offen. Also... Ja, Gothic 1 ist ja leider dafür bekannt, dass abseits der Hauptquest ab dem zweiten Kapitel... Beziehungsweise spätestens ab dem dritten Kapitel eigentlich nichts mehr stattfindet. Aber gut. Umso weniger Ablenkung haben wir. So. Aiden. Hey du. Schau mal, was ich hier habe. Was? Was ist das für ein Fell? Das habe ich dem schwarzen Wolf abgezogen. Von dem schwarzen Wolf? Mann, ich bin wirklich beeindruckt. Es ist ewig her, seitdem ich das Mistvieh das letzte Mal gesehen habe. Vor einigen Jahren, als das neue Lager gerade fertig geworden war, gab es eine Gruppe Jäger. Gute Leute. Sehr erfahren mit dem Leben in der Wildnis. Naja, es gab eine ganze Zeit lang Gerüchte über einen schwarzen Wolf, der im Wald im Osten der Kolonie umherzog. Als die Gruppe das hörte, zogen sie los, um den Wolf zu jagen. Ich war damals schon Jäger, aber nicht erfahren genug, um mit ihnen mitzugehen. Was im Nachhinein nichts Schlechtes war. Wochen vergingen, die Jäger kehrten ab und an ins Lager zurück, um Vorräte zu sammeln. Ja, irgendwann kehrten sie nicht mehr zurück. Sie haben den Wolf wohl gefunden. Erledigen konnten sie ihn aber nicht. Ich habe ihnen damals eine Belohnung versprochen. Eine Menge Erz. Ich kann dir allerdings kein Erz geben. Ich habe selbst kaum noch welches. Aber ich kann dir eine andere Belohnung bieten. Diesen Bogen hier. Er gehörte dem Anführer der Jagdgruppe. Vor langer Zeit fand ich ihn im Osten der Kolonie an der Steilküste. Ich bin mir sicher, du wirst ihn gut gebrauchen können. Marus hätte bestimmt nichts dagegen, wenn ich ihm einen erfahrenen Jäger seinen Bogen gebe. Danke. Nochmal für deine Arbeit. Wir sehen uns auf der Jagd. Einen Bogen also. Bogen des umherziehenden Jägers. Macht tatsächlich sogar mehr Schaden. Aber ich bin doch... Ja, ich bin einfach eigentlich... Ja... Ich bin Langbogen, Freund. Tut mir leid. Schöner Bogen. Ach, weißt du was? Komm. Ausnahmsweise. Ich meine, für Novizen gehört es sich ja eigentlich eh nicht mit dem Bogen rumzurennen. Ja, letzte Aufgabe ist der Almanach. Aber vorher mal kurz vorbeischauen im neuen Lager. Mal Wolf die Felle verkaufen. Für eure Goblins. Ich habe doch gerade ein Koblin gehört. Na ja, gut. Anscheinend wohl doch nicht. Verkaufen mal Wolf mal kurz die Felle. Dann... Rennen wir ganz schnell zurück zum Sumpflager. Diese Rennereien-Gothic ist echt... Na ja. Aber was soll's. Ich hoffe, wir bekommen bald die ersten Geschwindigkeitstränke. So, der Bandit ist alleine. Torwachen. Na ja, so. Moin Lefty. Vergiss es. Ich trage kein Wasser mehr für dich aus. Da bin ich echt mal gespannt, ob Cord uns Zweihandkampf beibringen kann. Ich hoffe, er macht es. Wer läuft denn da? Zenian? Achso, okay. Ach, der... Ja, genau. Hm? So, hier waschen sich noch alle. Hey, du. Hat Gordon eigentlich was zu sagen? Ne, schade. So, Cord läuft, glaube ich, da oben gerade. Hey, Cord. Ne, das Blade. Hey, du. Ach, das ist ja... Genau, der ist jetzt Schmied. 1718 Klingen hat der gesagt. Alles klar. Äh, okay. Ich glaube, das ist gerade ein Bug. Ja, gut. Äh, können wir uns nicht leisten. Blade arbeitet hart. So, Cord. Schade. Dann laufen wir noch schnell zu Wolf. Und verkaufen da unsere Felle, die wir haben. So, die waschen sich immer noch. Ja gut, duschen gibt es hier nicht, ne? Dann muss man sich halt mal im See waschen. Ich hoffe für die, dass das Wasser sauber ist. So, Wolf. Ich hab ein bisschen was für dich. Hey, wir haben denselben Bogen. So, Wolfsfell, Orkundfell, Haut eines Lörkers. Oh, Sumpfhaut high nimmt er auch. Man muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. Zeig mir deine Ware. Was ist denn die... Okay, die ist auch 100 wert. Orkundfell 15, Wolfsfell 10. Ich halte mich da lieber raus. Nörkaut 25. Okay, also... Sumpfheil jagen würde sich tatsächlich lohnen. Das muss ja nicht gleich jeder wissen. Wahrscheinlich hast du recht. So lange ständig geht es. Okay, er hat sonst nichts. Ja, ich gucke mal auf die Uhr. Reicht dann für die Folge. Wir haben die Fälle bei Wolf abgegeben. Dann... gehen wir jetzt in der nächsten Folge zurück zum Sumpflager und geben den Eimer nach ab. An der Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge von Gothic. Ciao. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020